Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Über dem Kanal weht aktuell ein anderes Banner, da steht reduziertes Programm. Da ist nichts Unvorhergesehenes passiert, sondern das ist ganz planmäßig. Diejenigen, die den Kanal schon länger verfolgen, wissen das vielleicht. Ich mache einmal im Jahr Urlaubspause, einmal im Jahr Gamescom-Pause und einmal im Jahr Baustellenpause. Der Hintergrund ist, ich wohne in einem alten Haus, 200 Jahre alt in etwa, und das ist ein Lebensprojekt. Da gibt es immer was zu tun und dementsprechend wechsle ich dann mein Steinwallen-Shirt mit einem Blaumann. Eigentlich ist es ein Grünmann und bin dann voll am Arbeiten und Vollzeitbauarbeiter gewissermaßen. Das ist jetzt auch schon wieder der Fall. Ich bin aktuell auch quasi schon mittendrin. Und insofern ist an normale Aufnahmezeiten und so nicht zu denken. Deshalb ein reduziertes Programm. Wie sieht das aus? Die normalen Strategie-Let's Plays, die pausieren. Was weiterlaufen wird, ist das gerade begonnene Pathfinder Kingmaker. Es gibt auch einen Programmkalender, wo ihr das euch nochmal genau anschauen könnt. Den erreicht ihr übrigens hier oben rechts. Da gibt es einen kleinen Link oder in jeder Videobeschreibung. Und da kommen wir dann auf diese Übersicht, die ich immer aktuell halte. Und ihr seht, Pathfinder wird täglich laufen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, bis zum Wochenende, jetzt bis zum Sonntag, auch Doppelfolgen zu schaffen. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Ist im Moment alles ziemlich stressig. Aber ich versuche es. Danach wird es dann tägliche Folgen geben. Und ab dem 11. Oktober ist dann alles wieder im Lot. Dann geht es mit den normalen Serien weiter. Am Freitag, dem 5. Oktober, findet regulär der Herrenabend statt. Mein Livestream. Das lasse ich nicht ausfallen. Das wird da sein. Und wir werden mit The Council weitermachen. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich bitte euch ein bisschen um Verständnis dafür. Und viel Spaß mit Pathfinder, falls ihr zuschaut. Und ansonsten, wie gesagt, am 11. Oktober wird dann alles wieder normal. Bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.